Mac'n'Cheese für Resonarity Es liegt auch wieder nach Erkältungspart, wenn ich ehrlich bin Wunderschönen Tag in der Hot Quick Scene Also, wie gesagt, Mac'n'Cheese allein schon, glaube ich, den stylischsten Namen eines Gerichts Mac'n'Cheese, was gibt es bei euch? Mac'n'Cheese Ich muss tatsächlich zugeben, es war schon ein schwieriges Unterfangen, Macaronis zu bekommen Ich habe keine Macaronis bekommen, nur Macaroni-Chips Bericht mal wie immer jetzt hier noch in den Start erstmal Macaroni, genau, wir haben Macaroni-Chips Dann Butter, Käse, jeder was für Käse, er oder sie will Mehl, haben wir Mehl am Start Salz, Pfeffer, Thymian habe ich heute auch mal gekauft Auch mal was ganz Neues Wie spricht man diese Soße aus? Resonarity Wie gesagt, ich lese es immer, keine Ahnung, wie man es ausspricht Ich lese es immer, vor allem auch täglich Astreine Ananas haben wir auch bereit Je nachdem, ob man sich noch einen Smoothie pfeifen will Wenn hier einer Ananas macht, dann bin ich der Zwieback, haben wir jetzt auch am Schlüssel Mustasauce Nicht so schreien, ich bin danach immer heißer Mich ist einfach lieb, an der Zwiebel anzuschließen Das Beste Jetzt machen wir hier erstmal das Soße Wie viel Thymian? Vier Esslöffel, ne? Das riecht auch wieder nach Erkältungsquat, wenn ich ehrlich bin Oh, 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 oh Gutes Ding, Alter Thymian, Butter und Zwiebel, nicht krass Krass, Alter Habe ich schon krass gesagt? Ich sage viel zu wenig krass Ich muss öfters mal erwähnen, dass das krass ist 100 Gramm Butter Auch vier Esslöffel Mehl Jetzt geht's ab Jetzt ist hier Richtig Tweedledledel, Alter Halt dafür Jetzt ist die Action, Alter Jetzt ist die Action hier So, das haben wir angeschwitzt Alter, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab Frei nach Sack, wie gesagt Die haben 200 Milliliter angegeben Die meinen aber das wird zu dick Also mindestens 400-500 Milliliter Hier haben wir die wunderbaren Wobei die sind schon aufgegangen, die Dinger War geil Geil Hast du schon geil gesagt? Geil Auf-lau-fram Die kommen in eine Auflaufform Die guten Nudels Das Material drüber Oben bröseln wir Zwieback drauf Und Käse nochmal Morgen wird's nicht gerollt, aber ist ja egal Na klar Vier Esslöffel davon Zitrone viel Auch wieder wichtig Dann von der Herdplatte nehmen Und die Hälfte des Käses einbringen Schon in die Soße Salz Jetzt pöllern wir ja Das sind die Auflaufform So Zwieback da ist Zwieback da ist Rein jetzt 250 Grado 15 bis 20 Minuten Wir machen mal 15 erst Hier vorne noch ein paar Minuten mehr vorbei gewesen Der Prutzelheimer Aber ihr wisst was da drauf muss, ne? Ohne geht ja gar nicht Balsamico Creme 1 1 1 0